Herzlich Willkommen zu einem neuen Video der RSFM. Ja, starten wir direkt los. Spannende Restwoche. Wir zeigen Ihnen unser Szenario. Wir zeigen Ihnen ebenso die Szenarien, die wir die letzten Tage in unserer RSFM Telegram Gruppe kommuniziert haben. Und ebenso haben wir einige Coins dabei, wo wir nachgekauft haben, beziehungsweise auch eingestiegen sind. Und ja, wir haben alles nach dem Intro. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video der RSFM. Ja, starten wir direkt los. Spannende Woche. Mittwoch, Donnerstag und Freitag erwarten wir erhöhte Volatilität von den Zahlen. Nichtsdestotrotz, Sie wissen es, das ist sehr, sehr viel Show. Es gibt für uns immer nur ein oder zwei CPI-Daten etc., die sehr, sehr relevant sind. Der Rest ist für uns immer alles eingepreist und ohnehin ein bisschen rauf, runter, Zielboxen. Das haben wir jetzt, seit es diesen Kanal gibt, schon x-fach bewiesen. Und von daher möchten wir diesem gar nicht so viel Aufmerksamkeit schenken. Sollten Sie hier entsprechend Lust haben, ein Minuten Kerzen anzuschauen. Das werden Sie bei uns nicht erleben. Aber wie gesagt, wir bringen es Ihnen als Info. Sollte nun doch entsprechend mal was Signifikantes sein, dann gibt es eine Möglichkeit, wo man es greifen kann. Wo dann viele sagen können, perfekt, ich habe was zum Festhalten. Unsere Meinung, wir haben es schon mehrfach bewiesen, Seistrum geht direkt los. Wichtig an dieser Stelle, wir möchten nochmal auf unsere BitGuard-Aktion hinweisen, die noch bis zum 26. Mai läuft. Denn hier haben Sie die Chance auf 500 Dollar plus in BGB aus Mysteryboxen zu gewinnen. Unterhalb der Videobeschreibung finden Sie entsprechend unseren BitGuard-Link. Und hier anpassend finden Sie dann auch unsere Teilnahmebedingungen. Wie gesagt, das Ganze funktioniert hier bis zum 26. Mai noch. Und wer das sich hier noch etwas durchlesen möchte, sehr, sehr gerne. Wie gesagt, Sie haben hier die Chance, weiterhin bei uns teilzunehmen und zu gewinnen. Ja, dann starten wir direkt los. UR30, wie sieht es hier aus? Weiterhin alles auf Kurs. UR30 macht genau das, was er tun soll. Er ist hier aktuell immer innerhalb dieser Minibox und wir haben es jetzt auch in unserer Telegram-Gruppe kommuniziert und haben auch ein paar Charts gezeigt, dass wir hier schon einen erweiterten Breakout nun erwarten. Unsere Meinung ist klar, Sie sehen den Pfeil. Für uns gibt es kein Alternativ-Szenario und deswegen, wir gehen davon aus, dass es einen massiven Push gibt. Ja, begründend vermutlich wieder mit irgendwelchen Zahlen. Aber egal, wie die Zahlen aussehen, unsere Meinung ist, wir bleiben bullish. Und deswegen an dieser Stelle, unsere persönliche Meinung hierzu übergeordnet, geht es weiter in die Richtung der 35,5. Und ja, kann natürlich einige Zeit noch dauern. Wir sprechen hier von großen Werten und nicht von irgendeinem Shitcoin. Deswegen an dieser Stelle muss man einfach etwas Zeit mitbringen. Ja, kurz zur Info. Diese Box sollte halten. Er sollte die Box von 32.845 nicht unterschreiten. Kommen wir nachhaltig über die Red Line bei 33,569, haben wir sehr gute Chancen, dann in Kürze durchzuziehen. Wir gehen aber davon aus, dass diese Bildung ein massives Breakout wird, egal in welche Richtung und kein Rumgedümpel mehr. Denn das ist für uns persönliche Meinung von der Struktur her, sollte das so ablaufen. Dann schauen wir uns den Adelschart an. Hier haben wir jetzt etwas mehr Klarheit. Wir haben aber inzwischen einen anderen Altcoin Indicator dabei. Wir zeigen Ihnen auch gleich. Hier haben wir nun entsprechendes Gap gefüllt. Möchten wir auch ganz klar sagen. Und nun hätten wir hier die Möglichkeit, Aufwärtstrend, Inverse Head & Shoulder Pattern würde soweit zusammenpassen. Wir springen aber jetzt gleich mal zu unserem nächsten Indicator. Und zwar ist das hier nun der Ausbruch, der erfolgt ist unserer Meinung nach. Und zwar ist das Verhältnis Ethereum zu Bitcoin. Und auch hier gehen wir davon aus, dass die Altcoins nun in Kürze über der Linie ihren Spaß haben werden. Wenn wir, und das schauen wir uns jetzt mal hier auf den kleineren Zeitdämen an, 4 Stunden Basis, sieht sehr, sehr bullisch aus. Könnte sein, wir kriegen hier nochmal einen extremen Push rein. Dann zeigen wir Ihnen auch gleich, wie das hier aussieht. Denn wir haben auch hier parallel unser Ethereum-Szenario. Das würde dann hier zum Verhältnis auch wieder stimmen. Das schauen wir uns gleich ein. Bevor wir uns das aber anschauen, gehen wir direkt los zum US-Dollar-Patter. Der verhält sich genau, wie er soll. Wir haben hier ein wunderschönes Doppeltop, fast schon Doppeltop hier gebildet. Und wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal anschauen auf Tagesbasis, dann sehen Sie, das ist ein sehr, sehr klares Bild. Wir haben hier unseren ersten Bounce, zweiten Bounce gehabt, sogar ein dritter Bounce, zwei Unterbounces waren das. Sei es drum, es hat funktioniert. Box, Minibox hat gehalten, rejected, nun geht es weiter für uns. US-Dollar-Tether, massiver Abverkauf und gleichzeitig rein in die Assets. Bleibt unsere Meinung. Wir haben kein Untergangsszenario und es bleibt so. Wir zeigen Ihnen gleich bei Bitcoin, was passieren kann und wie es sich ausspielt. Und sollte sich das Szenario ausspielen, was wir damals in unserer Telegram-Gruppe entsprechend kommuniziert haben, bekommen Sie mal kostenlos von uns hier auf YouTube die Komplettanalyse, wie zum Beispiel sowas in der Telegram-Gruppe aussieht. Nichtsdestotrotz, wir möchten einfach noch warten und einfach auch hier das Szenario, was wir aufgenommen haben, dass wir einfach Ihnen das dann mal zeigen, wie sowas aussehen kann und noch nicht zu viel verraten. Ja, dann schauen wir direkt weiter in entsprechend den Bitcoin. Der Bitcoin an dieser Stelle hat unser schönes Diamond-Pattern nun den Ausbruch geschafft. Hier möchte man ganz klar sagen, gibt es mehrere Szenarien, wie sich so ein Diamond-Patter verhalten kann. Punkt 1 ist, wir haben hier eine Range, Punkt 2, die Range wird beim Ausbruch angesetzt, dann erreichen wir die 30.000. Das zweite ist, wir haben hier das Target innerhalb des Diamond-Patterns, das ist dann das erst zu erwartendste Mindestziel. Ja, im Bereich der 28.000 bis 28.200 oder 28.400 hatten wir, glaube ich, heute nochmal bemessen und so viel dazu. Wenn, ganz wichtig, wir schauen uns das Ganze auf 4-Stunden-Base an, auch hier ähnliches Szenario. Also, wenn wir dann endlich mal diese 27.500 nachhaltig rausnehmen und dann gehen wir auch davon aus, dass wir hier den Push sehen. Ja, zusammengefügt würden wir dann ein bullisches Szenario bekommen von einem Inverse Head & Shoulder Pattern. Wenn, und ganz wichtig, das erwarten wir als aggressive Short-Zone. Ja, viele werden versuchen, den Markt hier zu shorten. Und ja, die Wahrscheinlichkeit ist da, dass wir diesen Short gehen werden. Ja, möchten wir ganz klar sagen, diese Wahrscheinlichkeit ist möglich, dass dieser Short funktioniert und wir dann doch die tiefere Preise sehen. Durch den Ausbruch aber unseres Diamond-Patterns sind wir nun, da die für uns sehr, sehr markant sind, wenn wir hier das Ziel-Target nehmen, bleiben wir bullish und gehen davon aus, dass wir hier mit einer 4 und einer 5 dann wirklich gegebenenfalls diese 30k abholen. Wichtig, ganz, ganz wichtig, es ist keine finale Bestätigung, das ist unsere persönliche Meinung und das Ziel-Target, einfach, dass Sie das auch mal gesehen haben. Wenn wir darüber ausbrennen und das hier kein Fake-Out ist, denn wichtig ist für uns der Tagesschluss, da wechseln wir jetzt mal nochmal hier zurück. Und wenn wir uns mal die Tagesbasis anschauen, dann schauen wir hier, wo ist das Ziel-Target und auch hier möchten wir ganz klar sagen, wäre das das Eintauchen in eine Box und das ist für uns die 23.914. Unsere persönliche Meinung zum Diamond-Pattern kommt jetzt darauf an, inwieweit wir Tageskerze schließen, ob wir uns überhaupt der Trendline bewegen können und ja, werden wir jetzt betrachten. Insgesamt für uns bleibt es weiterhin das Szenario und schauen wir uns an, wie sich es ausspielt. Wir haben in unserer Meinung gezeigt, wir haben jetzt Alternativen gezeigt und jetzt gilt es darauf, das Szenario noch abzuwarten. Ja, dann schauen wir uns Ethereum an. Hier hatten wir folgendes Szenario. Sie erinnern sich hier unten noch an unsere Box. Haben wir gesagt, in diese Zielbox rein. Und was haben wir gemacht? Genau das, was der Dow Jones gerade auch macht. Innerhalb unserer Range gibt es jetzt den Push und den hat Ethereum an dieser Stelle schon gemacht zur nächsten Box. Und nun erwarten wir einen erneuten Push in die nächste Box. Und diese hat die Unterkante von 1916 bis 1930. Schauen wir mal, ob es sich ausspielt. Es bleibt weiter in unserem Szenario. Wir sind selbst natürlich auch immer gespannt, inwieweit sich alles ausspielt. Aber so sieht es für uns aktuell aus. Ja, von dort erwarten wir dann gegebenenfalls wieder eine Korrektur. Und wichtig, dieses Level hier sollten wir definitiv dann nach der Korrektur mit einem Aufwärtstrend weiter fortsetzen. Ansonsten, diese Levels hier sind sehr, sehr markant für die Bären. Und da muss man einfach aufpassen. Nur wenn wir diese nachhaltig nehmen, haben wir eine große Chance von hier direkt durchzustarten. Ja, dann gehen wir direkt weiter zur XRP. Schauen Sie unser Gekritzel an. Es bleibt unser Primärszenario weiterhin auf Kurs. Wir haben Ihnen mal ein Video mitgeteilt, der einzigste Chart, der für uns gilt. Ja, und dann möchten wir ganz klar sagen, ist es ganz, ganz wichtig, unserem Szenario mal etwas Aufmerksamkeit zu schenken. Denn der nächste Move bleibt weiterhin Bullish für XRP auf die 54 Cent. Ob er nun den direkten Ausbruch schafft oder dann hier nochmal eine Ehrenrunde dreht, das bleibt abzuwarten. Aber spätestens dann in diesem letzten Drittel möchten wir ganz klar sagen, das ist hier das Thema, wo wir sagen möchten, hier ist der absolute Breakout. Und deswegen an dieser Stelle XRP weiterhin komplett auf Kurs, unsere persönliche Meinung. Dann schauen wir uns GLQ Graflink an. Hier haben wir nun erneut unsere Positionen erhöht und haben das dann auch kommuniziert in unserer Telegram-Gruppe. Wie sehen wir das Ganze? Wir haben hier heute das Ganze und die Tage gestern, vorgestern sogar kommuniziert, dass wir nun einen Ausbruch sehen. Und zwar hier in den Bereich und der Move wäre vom aktuellen Kurs im schlechtesten Fall 34, im besten Fall 63%. Dass GLQ das machen kann, zeigen wir Ihnen mal. Und das ist der 2-Tages-Chart, ganz wichtig, von unten nach oben sprechen wir von 80%. Und das Ganze können wir noch 2-3 Mal belegen. Also zwischen 40 und 80% macht GLQ gerne mal in einem Move. Wir gehen von einer kompletten Kaufdruckentladung hier aus und das passt für uns auch alles zusammen. Deswegen haben wir hier gesagt, das 0,887 hat er sich abgeholt. Danach zeigt er eine Reaktion jetzt mit dem Push und dann geht es hier entsprechend weiter. Für GLQ haben wir eine schöne 8x-Reaktion, wenn wir hier das Ganze ausspielen. Deswegen haben wir hier schön, schön skaliert. Dann VeloCoin. Viele haben immer gesagt, ja was ist mit VeloCoin? Wir hatten den auch mal auf dem Chart. Er wird ja auch insgeheim so ein bisschen gehandelt wie der asiatische XRP-Coin. Und da muss man ganz klar sagen, kompletter Zerfall, aber auch nur zum 0,887. Also das Ding hat hier eine Monster-Rakete hier abgefrühstückt und jetzt holt er sich das 0,887. Genau, für uns ganz klar von den Indikatoren her auch absolut, haben wir gesagt, nehmen wir mit rein. Haben wir auch so vor ein paar Tagen kommuniziert und wir sehen es, er hat bereits hier einen schönen Anstieg gemacht von über 10%. Und wir gehen bei Velo weiterhin davon aus, dass er das tun wird. Übergeordnetes Ziel, schauen wir es uns an, liegt hier bei 0,02. Deswegen haben wir auch investiert. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, sind es 900% im schlechtesten Case, wenn er diesem Szenario folgt. Unsere Meinung hier an dieser Stelle zu Velo und wir bleiben hier weiterhin bullisch. Dann haben wir Plug Power dabei nochmal aus dem Grund. Unser Szenario, wir haben gesagt, ist quasi so, sollte sich Plug Power ausspielen. Macht das Plug Power, dann geben wir dem Ganzen eine super, super Chance. Und dann muss man ganz klar sagen, ist es hier weiterhin die Möglichkeit, hier tolle Anstiege zu verzeichnen. Was ist passiert? Wir zeigen es Ihnen. Wir haben hier dieses Szenario damals gehabt, wo wir gesagt haben, wir würden hier ein Inverse Head & Shoulder Pattern bilden. Wir steigen hier ein, steigen hier aus, schaffen wir es nicht. Und jetzt sind wir dabei zu schauen, ob wir wieder einsteigen, aus dem Grund, dass wir weiterhin diesem Szenario folgen. Wir hatten dann auch mit Ihnen besprochen, dass das so hier passieren kann. Sie sehen es, das passiert gerade hier. Und nun haben wir ein starkes Movement reinbekommen. Wir haben über 20% Anstiege verzeichnet bei Plug Power. Und deswegen weiterhin unsere persönliche Meinung, dass wir hier die Chance haben, weiterhin ein tolles Movement nach oben durchzuziehen und dann eben hier komplett durchzustarten. Ja, unsere persönliche Meinung, wir werden es im Auge behalten, aktuell noch nicht einsteigen. Aber wir schauen es uns an. Er hat weiterhin jetzt wieder die Chance, durch dieses minimale Red Line Bouncing, was wir hier damals eingezähnt haben, wir haben in dem Schaden nichts verändert, haben wir die Chance hier weiterhin ein schönes Movement aufzubauen. Ja, das soll es gewesen sein. Wir sagen herzlichen Dank, wünschen Ihnen nun einen schönen Abend, bis zum nächsten Video. Tschüss, ciao, danke sehr.